Ich bin hier, weil ich mir Sorgen um mein Kind mache. Sind Sie meinem Sohn gegenüber gewalttätig geworden? Minato Mugino mobbt einen Jungen. Ich glaube, das Ganze war nichts weiter als ein Missverständnis. Das war alles andere, nur kein Missverständnis. Er schlägt Minato immer und immer wieder. Einer Schule mit solchen Lehrern kann man doch keine Kinder anvertrauen. Mama, ich muss dir nicht leid tun. Minato! Minato! Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Klasse mal einen Freund finde. Aber sprich mich nicht von den anderen an. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht. Sie beschützen bloß unsere Schule. Wenn die Schuhbehörde von der Sache Wind bekommt, dann wird die ganze Schule bestraft. Lassen Sie mich mit Mugino sprechen! Er ist ein guter Junge. Der Porsche ist ein wahres Monster. Ich habe dir doch nichts getan. Ich habe ihn vergleichen. Wersehörde von der Sache. Ich habe ichregeln. Er ist ein guter Junge. Ich habe ihn gehoffet. Sie sind ein guter Junge.